Guten Morgen, kleiner Mann. Guten Morgen. Müsst du einen Keks? Ja. Hallo. Juhu. Der kleine Emil mit seiner Papa Tolle. Na, ehrlich? Na, sag mal. Ganz vorsichtig, okay? Ganz. Du bist nur feine, Frieda. Ja. Vermisst du den Papi schon? Langsam. Langsam. Super. Komm. Guck mal, es hat nicht geregnet. Es wird langsam trocken und am Wochenende wird es warm. 15 Grad. Jawohl. Ja, ehrlich. Noch einen Keks? Ja, fein.